So, und direkt hier weiter im Text. Ich hab jetzt gar nicht nachgeguckt, ob die Aufnahme in Ordnung ist. Aber das ist mir egal. Oh, hier geht's weiter. Wenn der nicht in Ordnung ist, ja, dann nicht. Ich hoffe, Matze, du wirst es mir verzeihen. Ich hoffe, du wirst es mir verzeihen. Ja, die Borg hatten hier ihren ersten ganz großen Auftritt. Ja, es ist in dem Star Trek Film, der jetzt bald auf Kabel 1 läuft. Also jetzt bald, wie gesagt, wir haben jetzt Anfang April. Ist der erste Kontakt. Wes? Ach so, von hier komm ich ja. Schlaf gut. Was musst du jetzt? Lass ihn. Lasse ihn. Ja, ihr seht, wir haben jetzt drei Sachen für Energie. Ach ja, hier Sicherheitskontrolle. Das wird auch wieder nur moduliert. Chang ist unter uns. Doch die einzige Lift-Kontroll-Konsole ist hier oben. Bleiben Sie hier und bedienen Sie den Lift. Ich hole Chang. So, wir müssen Mr. Chang retten. Quick save, quick save. Danke. Wir sind aber schon weit fortgeschritten mit der Assimilation. Sollten Sie nicht in meiner Nähe bleiben? Gehen Sie negativ. Ich schalte das Kraftfeld aus. Gehen Sie nicht weg. So. Ja, ja. Gehen Sie. Negativ. So. Ja, ja, ha. Widerstand ist zwecklos. Nein, er hat sich angepasst. Danke. Hier oben ist uns ein Kraftfeld im Weg. Meines Gens zeigen, dass es von Ihrer Ebene aus mit Energie versorgt wird. Oh, nee. Wieder so eine Jump'n'Run-Einlage. Oh. Wieso schießen die Borg? Wir sind doch gar nicht mehr da. In der Dings. In der Forge. Das ganze Kraftfeld-Rug reaktiviert. Haha. Loser. Okay, Shell. Ja, Sir. Henrich Chang ist in Siegheit. Binden Sie Henrich Murphy und erfüllen Sie dann Ihr Primärziel. Sehe ich gar nicht ein. Gute Arbeit, Monroe. Und jetzt zu Terzia. So, hier lang. Oder? Jetzt wird es nach dem Radar. Sieh, komm ich ab. Komm ich aber her, du Vollhorst. Wow. Kein Versteck gefunden. Ach, nee, nee, nee. Morgen geht die Uni wieder los. Bäh, ich will nicht. Hui. Hallo, meine Freunde. Ich wette, wenn ich jetzt passiere, wachen die alle auf Wetten war. Ich bin in Ihrem Computersystem. Ich schaue mir gerade diese Generatoren an. Telzia ist weiter vor uns. Ach, guck mal, das ist einer von der Tanzleute. Oh Gott, jetzt ist da auch wieder so eine Speed-Einlage. Hallo. Oh Gott, jetzt ist da auch wieder so eine Speed-Einlage. Aha. Noobs. Schwams. Boah, mit der Schulter zuerst. Mit dem Fuß. In den Rücken. Fall um. Geht doch. Hallo. Und hier komme ich jetzt hier rein. mit der schulter body check watson kümmern sie sich um ihn weil ich hier ja hier will ich so retten sie Ich hab die Dämpfungsfeld-Generatoren gefunden. Sie sind eben in der Subkreuzung 37, nahe des Zentralplexus der Borg. Gute Arbeit. Sie haben sich hierher gebeamt, als ich die Daten über die neue Drohnentechnologie entschlüsselte. Das müssen wichtige Daten gewesen sein. Sie kamen noch nicht einmal, als wir vorhin alles zerlegt haben. Also haben Sie uns jetzt als Bedrohung klassifiziert. Das wird etwas unangenehm. Leider kann man die Waffen so wie das Kompass... ...den Lift zur Subkreuzung 37 nehmen. Ich habe Ihren Rekorder die Stelle hinzugefügt. Leider... Oh, wie der Schulterblock. Leider... ...ja, was hat sie jetzt gebracht? Leider... ...was wollte ich sagen? Ach, verdammt. Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Leider kann man jetzt weiß es wieder. Leider kann man das Kompressionsgewehr nicht so als mit den... ...die Rückseite so als Schlagbolzen nehmen. Ich fange den Schuss mit meinem Körper auf. Hopp, 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 hopp. Bewegung, 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 Bewegung. Hopp, hopp. Wir möchten uns verbessern. Und wieder Bodychecks. Widerstand ist zwecklos. Wey, hallo, Freunde. Hm. Hallo, Schwester. Ich glaube, auf den Felser können sie sich gar nicht einstellen, komischerweise. Es sind zu viele. Was willst du denn vor mir? Ich zieh dich ab. Tschüss. Oh, toll. Also immer erst ein Verteilerknoten suchen. Nein, hier gibt es kein Verteilerknoten. So. Speichern. Ah, hier ist der Lift. Okay. So. Nach dieser kleinen Sequenz mache ich wieder den Schnitt. Ja, das Spiel ist wieder nicht blind. Eigentlich ist... Komm mal ein Spiel, was ich habe blind. Das sollte nicht... ... ob es mal... Der Doktor sagt, er wird wieder vollständig genesen. Wir sind auf dem Weg zum Dämpfungsfeld-Generator, um die Voyager zu befreien. Munro Ende. Füße. Füße. So. Bis gleich.